Yo servus leute was geht ab und herzlich willkommen hier zurück das heißt zurück zum video zum ersten video keine ahnung auf jeden fall zu einem neuen projekt minecraftos heißt auch minecraft house und das ist einfach so dass wir damit noch ein paar anderen leuten die minecraft welt gestalten werden und ja finde ich eigentlich recht schön das zeige ich jetzt einfach ein paar ausschnitte von gestern von dem teil im kartal gestern zum beispiel der staat und alles war ein bisschen chaotisch aber wir haben es dann doch geschafft endlich mal anfangen jo leute was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen format und zwar minecraft domus heißt auf deutsch minecraft house zusammen mit dem eignis da heißt auch auf youtube eignis tv dann mit dem widdel ist der benni da macht gar kein youtube was die und dann nein schwarz und dann mit steffen xz da heißt rising crazy ich hatte immer rising ja du hast du hast alt auf jeden fall geht es darum die minecraft welt zu gestalten zusammen oder und auf jeden fall die minecraft zu gestalten halt dein maul jetzt und ja es geht los alles klar das ist unsere schöne lobby das ist das war ja es wollen dass man zusammen wird hier irgendwas machen das wir wenigstens irgendwie nein das holz baue ich jetzt hier nicht ab dass es bei uns am sport und das wasser ist gefroren da ist so wie es leider vermutet hatte aber ich habe wenigstens nur eine endliche wasserquelle das heißt hier oben kann ich wahrscheinlich kein zugerraub pflanzen so wie es aussieht wird dann glaube ich nicht wachsen oder oder wenn man das hier vielleicht theoretisch mit einfach mal komplett hässlich ist noch irgendwo offen ne mal gucken ob das wasser jetzt noch gefriert auf jeden fall das hier ist der anfang meines haus hier schon mal so den rund gerüst da oben das dach noch nicht ganz fertig ich höre wieder irgendwelche monster glaube ich auf jeden fall dann hier mein riesen ein riesen balkon ich glaube da vorne war noch das andere haus von jemanden das 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 hier ist dann jemand anderes haus klein und gemütlich und da geht es dann ja ziemlich tief runter soweit hierzu dann seht ihr da hinten schon richtig richtig für der turm schon da hat auch noch jemand gebaut und von anderen habe ich eigentlich so noch gar nichts wirklich gehört wo die gebaut haben keine ahnung ehrlich gesagt da hinten ist das lava wo so her leuchtet oder sind das fackeln aber dann ich noch was in meinem haus gemacht auch schon für gefarmt na genau guck mal guck mal kurz ob das immer vielleicht gefriert diesmal nicht das wäre ganz cool und dann habe ich unten noch einen keller gemacht und habe hier schon mal ein netter portal hingestellt da werde ich dann auch hier fürs netterquartz farmen hallo fürs netterquartz farmen keine kohle mehr eh was ist denn da doch ohne welche für meine wände farmen und alles weil ich glaube ich hier links oder rechts würde ich glaube ich noch ein turm hochziehen aber so steinturm und dann war es das eigentlich schon mit dem update anderen haben wir schon verzauberung zwischen sowas ich lieber auf Hausbau dann Prozent was es um in diesem kleinen folgen update wenn du es vorhin hat lasst ein leichter wir sehen uns dann beim nächsten mal haut rein macht gut und tschüss